Endlich wieder aufmachen. Waltraud Bienanzer vom Geschäft Die Taucher in Böblingen hat sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet. Vier Wochen lang war der Laden zu. Da hab ich mich erst mal hingesetzt. Und dann hab ich mich zurückgelehnt und hab gesagt, was kannst du jetzt machen? Und dann hab ich mir gesagt, okay, Waltraud, das Einzige, was du tun kannst, ist, Energien bündeln, durch die Sache durch, das Beste draus machen. Ihr Kapital, die Ware im Laden. Corona-Sale, 40% Nachlass, der Verkauf läuft online, um wenigstens die laufenden Kosten zu decken. Auch Easy Sports in Schöneich muss Ende März dicht machen und richtet spontan einen Online-Shop ein. Wir hätten nie einen Online-Shop gemacht, wenn jetzt nicht Corona gekommen wär, weil es ist einfach unheimlich viel Arbeit, so einen Online-Shop aufzubauen. Und wir haben keine Ahnung davon. Dann hat uns ein Freund angerufen, der hat gesagt, Mensch, komm, ich helfe euch. Wir haben gerade auch weniger Aufträge. Andrea Hamann nimmt die Krise auch als Chance. Wenn eh schon keine Kunden kommen, kann auch gleich der Laden renoviert werden. Wir bauen hier um, machen wieder alles schön, weil die Welt geht nicht unter, es geht nachher weiter. Und das, wenn die Kunden hier reinkommen, die einen schönen neuen Laden vorfinden. Alles ein bisschen cleaner, nicht mehr ganz so bunt von den Wänden wie vorher. Ein Vorteil, die Eigentümerin muss keine Miete zahlen. Im Gegenteil, sie ist auch Vermieterin. Moes Esszimmer direkt nebenan hat der Lockdown auch hart getroffen. Bis auf einen Lieferservice kein Geschäft. Andrea Hamann reagiert sofort und stundet dem Restaurant die Miete. In meinen ganzen Problemen, in meinem ganzen Kopf, wo ich mir überlegen musste, wie geht's weiter, wie machen wir weiter, haben mich angerufen, Mo, mach dir keinen Kopf, wir setzen die Miete aus. Also du brauchst gar nichts bezahlen erstmal, bis das hier nicht durch ist. Jetzt darf Easy Sports wieder aufmachen und genauso wie bei den Tauchern wartet man auf erste Kunden. Hier allerdings steht man noch vor einem weiteren Problem. Tauchkurse und Reisen finden nach wie vor nicht statt. Und? Wer braucht UV-Shirts, Masken, Schnorchel und Flossen? Ja, wenn nicht getaucht werden darf, das Ganze wird sich auch verschieben. Und der einzige Punkt ist, dass man sich Gedanken macht, wie überlebe ich das? Dabei helfen wollen zumindest Stammkunden. Wenn dann eine Dame zu mir sagt, Waldreuth, ich möchte jetzt ein Wochenende tauchen am See bei dir buchen im Sommer. Ich weiß zwar nicht, ob wir es können, aber ich möchte, dass du jetzt Umsatz machst. Dann muss ich sagen, da kriege ich Gänsehaut und dann freue ich mich ja, dass meine Kunden mir die Stange halten. Das hilft beim Nicht-Unterkriegen-Lassen. Theoriekurse sind übrigens schon wieder im Programm, mit reduzierter Personenzahl zu reduzierten Preisen. Und wer weiß, vielleicht sind irgendwann Ende des Jahres auch wieder Tauchreisen möglich. Buchen kann man sie dann auf jeden Fall wieder hier. Das ist ja. Das ist ja.